So, Tag Kinders, ich hoffe ihr seid bereit für das siebte Let's Play von Plans vs. Zombies mit der neuen Snowpea, mit dem, äh, also das Ding, glaube ich, schießt, ne, ich glaube nicht, ich weiß, das ist Eis, wie heißt es, komm, die erste Wort jetzt schnell, komm, sag, vereiste Erbsen, ja, scheiß Wort, scheiß auf, Schuss, Frozen, Peace, oh, hab's erklärt, wir fangen an, oh man, bin ich sauer, oh, so, die üblichen Verdächtigen, dann legen wir doch los, okay, mein Lieblings-Geräusch, Komm schon mal hinne, Kinders Ich hab schon gesagt, ich brauch Energie, viel mehr Energie, das ist natürlich heimtückisch jetzt, das ist gemein, das ist total gemein, hoffe ich kenne sich das rechtzeitig aus, Wanderung, die ärgern mich Ist doch knapp, in der Tat So, die Länge hätte ich gesetzt, so war es zu ursprünglich, würde ich jetzt mal sagen Ich nehme einen Lädenkumpels hin Tja, 10 Ah, ich sitze direkt weiter, wo ich sage Dann muss bloß keine Zeit verlieren Visa, wieder was mag, figura, hoitas, wo sucedeller Buchern und das k desta benutzen Oh, ich sitze ? Was macht er? Ich sitze direkt rein, dugehst ? die können ja echt nur nerven, oder? wenigstens sind sie etwas langsamer und etwas durch zum Brei schießen Tja, die Eisblumen dringend sind, bzw. die ICP-Shooter so, ich denke mal, das Teil habe ich in der Tasche ich muss euch die Arme holen auf, muss ich sagen wir frieren hier total naja, kein Problem ist es nicht so, viel gespart sorry, ohne diese kleinen Teil, dass es etwas langweilig wird da darf ich noch nicht alles versetzen so, mach den Typen fertig, mach den fertig lass sie mich nicht messen oh, Mann flirr bei jedes Mal wenn das noch weitergeht, dann baut ich das ganze Teil her jetzt nicht mehr das lasse ich das ist ein gleiches das sind viel kostbar, willst du ja nee das ist ein viel kostbar, willst du gar So, scheiß auf Kosten, jetzt noch mal Krachnörn, Boom, tja, Nummer 7, fertig, hoffentlich hat es euch gefallen, auf dem nächsten Level sehen wir uns mit dem Chomper, einer Fleischreiste Pflanze, die am liebsten, am allerliebsten Zombies frisst, naja, bis denne.